Die Blinden und der Elefant Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen um das Tier herum und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel betastet. Er sprach, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach, Nein, ein Elefant ist viel mehr wie ein großer Fächer. Der dritte Gelehrte sprach, aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule. Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte, also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete seinem König, also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Bursten drauf. Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise. Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht, und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Bursten ist. Die Gelehrten senken beschämt den Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.